Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge von Sapiens Tutorial & Gameplay und in der letzten Folge hatten wir das Glück oder hatten glücklicherweise die Virusinfektion die sich in unserem Stamm verbreitet hatte, erfolgreich bekämpft. Also wir haben es dann geschafft hier genügend Blumen zu ernten, das sind also etliche nachgewachsen und auch Knoblauch und sprich Galik und wir waren in der Lage genügend Virusmedizin zu produzieren und wenn wir hier mal kurz nochmal schauen, wir haben zwei Medizin gegen Verletzungen, Injury, wir haben zwei Medizin gegen Verbrennungen, Burnmedizin und wir haben fünf Portionen Medizin gegen Viruserkrankungen und damit sind wir gegen die wichtigsten Verletzungen und Krankheiten gut vorbereitet auf die und können auch schnell reagieren, falls die auftreten. Haben wir hier schon einen Vorrat und können sofort mit der Behandlung beginnen und während wir schon behandeln, müssen wir dann natürlich so schnell wie möglich nachproduzieren, das können wir auch, weil unser Kräutergarten da hinten eben genügend Blumen und Kräuter enthält und wir haben hier genügend Schüsselchen. Und wenn wir hier mal schauen, in a few years, also die rots in a few years, also die verderben alle in einigen Jahren, das heißt die Halbbarkeit ist sehr lang und das ist eben dem Umstand zu verdanken, dass wir das innen lagern, im Lager unter einem Dach, also im Prinzip inside, innen und wir lagern das in einem gebrannten Schüsselchen und nicht in einem ungebrannten Schüsselchen, das erhöht die Haltbarkeit nochmal. Damit haben wir also dafür gesorgt, dass die Medizin im Prinzip maximal lange haltbar ist. Entschuldigung. Und ja, damit haben wir jetzt hier einen guten Vorrat, der hält erstmal vor. Dasselbe haben wir hier mit unseren Amphoren, die sind auch gebrannt. Das heißt, wenn wir hier Sachen lagern würden, also Getreidekörner oder Mehl, je nachdem, vor oder nach dem Mehl malen, dann würden diese Dinge auch, diese zwei Sachen Mehl und Getreidekörner auch entsprechend länger halten. Im Moment tun wir das nicht, weil wir, oder hat es keine Bedeutung für uns, weil wir ja das im Prinzip nicht einlagern, sondern immer, wenn wir hier was haben, sofort weiterverarbeiten zu Brotteig. Und Brotteig dann zu, hier haben wir den Brotteig und hier haben wir dann das fertige Brot. Und da sehen wir, das Brot hält sich also bis nächstes Jahr. Wir haben jetzt insgesamt 98, also eine ganze Menge. Und wir haben hier noch 53 Getreidebüschel. Das heißt, da haben wir noch einen guten Vorrat. Davon können wir eine Zeit lang leben. Parallel haben wir hier noch Alpaka-Fleisch, das wir braten. Wir haben hier noch Alpakas, Gejagte. Also, und hier hinten braten wir noch das Alpaka-Fleisch und hier vorne an diesem zweiten Lagerfeuer backen wir das Brot. Also, unsere Grundversorgung ist hier gut. Wir haben genügend Nahrungsmittel. Wir haben zur Not, wenn wir nochmal schauen, hier draußen auch unsere Bananenplantage, die wir schon genutzt haben. Als die Nahrung jetzt vor zwei Folgen knapp zu werden begann, haben wir also dann auch die Bananen hier geerntet, um diesen Nahrungsengpass kurzfristig schnell zu überbrücken. Das hat auch gut funktioniert. Und soweit wollen wir es jetzt nicht mehr kommen lassen. Also, wir werden immer wieder für Nachschub an Fleisch entweder Mammut oder Alpaka oder kontinuierlich Brot sorgen. Wir müssen dann vielleicht sogar ein bisschen die Produktion runterfahren, damit wir nicht so viel produzieren, das nachher dann möglicherweise verdirbt, weil wir es gar nicht wegessen können so schnell in der großen Menge, in der wir es produzieren. Gut, im Moment regnet es. Das ist etwas dumm für unsere Sapiens. Und wir schauen mal kurz, was die hier machen. Storing. Und was speichern die? Storing, a stone Speer. Ah, okay. Hier ist von der letzten Alpaka-Jagd noch ein totes Alpaka und zwei Speere und die werden jetzt geholt. Was uns noch mal kurz erinnert daran, dass wir mal schauen sollten, wie schaut es denn mit unseren Jägern aus. Der Suna ist jetzt ausgebildet. Den können wir also hier rüber shiften. Und dann sehen wir hier auf der rechten Seite, wir haben zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, vierzehn, fünfzehn. Wobei wir haben eine ältere und der Mupa möglicherweise auch. Hier haben wir noch, das heißt, wir haben 14, 13, vielleicht zwölf tatsächlich verfügbare Jäger, die im Alter sind, dass sie tatsächlich auch jagen können. Im Moment haben wir also keinen Bedarf an zusätzlichen Jägern. Wir schauen mal, ob es hier, wie es hier aussieht. Der Momale ist der jüngste Erwachsene mit 15 und der ist noch kein Jäger. Also den würde ich sagen, bilden wir mal aus. Ich denke, wir können die Investigation bei ihm mal rausnehmen und stattdessen Spearhunting aktivieren. Und jetzt müssen wir mal schauen, ob wir etwas näher am Lager einen Alpaka finden, das wir jagen können. Ich schaue nochmal sicherheitshalber hier, ob da vielleicht noch etwas ein bisschen näher ist, aber mir scheint, das hier ist tatsächlich das nächste und das werden wir jagen. Das Ganze hat jetzt folgenden Sinn noch, da ist er schon unterwegs zur Jagd und wird die Jagd jetzt lernen und das Alpaka erlegen. Und wenn wir jetzt hier schauen, wir haben ein Alpaka hier noch im Lager, das zweite ist schon da, aus der Jagd gerade eben und das dritte wird jetzt gejagt. Das heißt, indem wir immer kontinuierlich Jäger ausbilden, haben wir natürlich auch immer wieder Alpakas als Nahrung hier zur Verfügung. Und falls die Mammutsaison wieder beginnt und wir wieder diverse Mammuts hier durchziehen und uns möglicherweise gefährlich werden, können wir auch die bejagen. Und jetzt sehen wir hier schon, unser Bambushain ist wieder nachgewachsen. Der hat wieder Äste produziert, die wir ernten können. Also wir markieren hier mal ungefähr die Hälfte, geht nicht so genau. 129 selektieren die und sagen, okay, bitte mal die Äste ernten. Wir sehen, dass das nicht an jeder, tatsächlich jeder dieser Bambusstämme markiert ist, fast jeder, nicht wirklich jeder, der hier zum Beispiel nicht. Also alle sind noch nicht nachgereift, aber gut, das ist jetzt auch nicht das große Problem. Es werden trotzdem ziemlich viele hier geerntet. Und wenn wir ins Lager schauen, dann sehen wir, haben wir hier noch 258 und hier haben wir noch 100, gute 100. Das heißt also, wir haben jede Menge. Aber Brennstoff sollten wir jetzt ein bisschen am Vorrat aufbauen, weil was wir als nächstes vorhaben, sind zwei Dinge. Zum einen, wir hatten noch vor zwei, drei Folgen mal darüber gesprochen, dass wir hier für die Mammutjagd uns Außenlager anlegen wollen, Speerlager um unser, also Speerspeicher sozusagen um unser Lager herum, sodass die Sapiens, wenn sie denn egal aus welcher Richtung die Mammuts dann kommen und auch vorbeiziehen, immer kurze Wege haben, um ihre Speere, die sie verbraucht verbraucht haben, indem sie das Mammutjagen dann schnell im Lager auffüllen. Dazu müssen wir zwei Dinge tun. Wir müssen Speerspitzen bauen. Wir schauen hier mal, wir haben im Moment Speere, 47 Knochenspeere, also mit Knochenspitze und 11 mit Steinspitze. Und da wird wohl noch nachproduziert. Da werden wir noch nachproduzieren müssen. Wir haben ja so ausgerechnet, wir brauchen ungefähr 300 Speere, um rund ums Lager einige solche Vorratsstellen einzurichten für Speere. Und die einfachste Sache ist natürlich, wir nehmen Spitzen, Speerspitzen aus Knochen, weil Knochen eine Ressource sind, die ständig nachproduziert wird, indem wir Fleisch verbrauchen. Also immer wenn hier ein Sapien Fleisch isst, und vielleicht sehen wir das jetzt, ja, jetzt ist diese Fleischportion aufgegessen und das führt dazu, dass ein Knochen übrig bleibt am Ende. Und mit diesem Knochen können wir eben dann Speerspitzen produzieren. Und hier werden noch welche produziert, Crafting Bones, Beer Head, also das ist der letzte, der eh produziert wird. Und hier werden Speere produziert. Deswegen haben wir hier auch keine Speerspitzenauflager und keine Knochenauflager. Also jetzt schauen wir mal, hier wird noch ein Speer produziert. Also die Speerspitzen sind jetzt durch. Und mit der letzten Speerspitze, die wir gerade eben hier produziert haben, wird hier noch ein Speer produziert. Das heißt, wir haben im Moment 48 Knochensperre, mit dem einen, der noch kommt, 49 und die 10 Steinspitzensperre. Dann haben wir also knappe 60 Speere. Das reicht, ja, um vielleicht mal maximal zwei Lager zu bestücken, Außenlager. Und das ist das eine. Wir werden also weiter kontinuierlich Speerspitzen produzieren und Speere produzieren. Und dafür brauchen wir natürlich Äste, sprich diese Bambusäste. Jetzt sehen wir, hier sind 299, das ist voll und dann 87, also da haben wir kein Problem. Also für diese Speerproduktion brauchen wir Äste. Da kommt nochmal ein Speer und hier. Delivering a fired boat to storage area. Okay, da ist also eine Schüssel wird zurückgetragen und ich vermute mal, dass draußen jemand eine Virusinfektion hatte und schon behandelt wurde, während er noch draußen war. Und die leere Schüssel wird hier zurückgetragen. Ne, eine Injury. Also wir sehen, es fehlt uns eine Verletzungsmedizin. Da haben wir nur noch eine. Und ich würde sagen, wir produzieren die auch gleich nach. Eine Poppy und eine Marigold. Ah ja, da haben wir jetzt ein Problem, dass die Marigolds gerade nicht verfügbar sind. Die sind noch ein bisschen unser Engpass hier. Aber da können wir darauf warten, bis die wieder da ist. Und das Dritte, was wir für die Verletzungsmedizin brauchen, ist Elderberry, aber die haben wir hier noch am Lager. Gut, also Speere. Das ist das eine, für das wir Äste brauchen. Und das Zweite, wir wollen mit Ton Ziegel produzieren und wollen jetzt dazu übergehen, Steine, Ziegelsteine zu produzieren, und zwar gebrannte Ziegelsteine. Und wenn wir hier Ton fördern, den können wir hier aus der Erde graben, dann haben wir den Ton, also Clay, und den können wir in der Crafting Area zu Mud Bricks, also Tonziegel, ungebrannte Tonziegel verarbeiten. Und aus diesen ungebrannten Tonziegel können wir dann in unserem Brennofen gebrannte Ziegel, die wesentlich haltbarer und stabiler sind, produzieren. Und das werden wir dann auch tun. Und ich denke, wir werden noch einen zweiten Brennofen, damit das alles schneller geht, wenn wir jetzt größere Mengen produzieren, hier einen zweiten Brennofen einrichten. Und die beiden Brennofen und die beiden Lagerfeuer, die wir ja mittlerweile hier am Start haben, die verbrauchen dann doch eine ganz erkleckliche Menge an Holz, an Brennmaterial. Und deswegen ist es wichtig, dass wir hier unseren Äste-Vorrat auch ein bisschen aufstocken im Vorgriff schon. Und ich würde mal sagen, wir graben hier nochmal ab und graben hier nochmal ein bisschen rund um diese Tonlagerstätte, die wir da schon gefunden haben. Da graben wir jetzt einfach nochmal, jeweils ein bisschen drumherum und schauen mal, ob diese Tongeschichte, die wir jetzt hier haben, ob die sich auch fortsetzt in die anderen Richtungen, also um die jetzigen Vorkommen herum. Oder ob dies nur ein kleiner Bereich ist, der möglicherweise dann Ton enthält. Und wenn das im ersten Ring um dieses Vorkommen herum abgegraben ist, dann können wir noch einen zweiten Ring, also wir können einfach kontinuierlich schauen, wie weit geht denn das Tonvorkommen tatsächlich, wie weit dehnt sich das aus. Und das andere ist, wir graben dann den Ton selber natürlich ab. Wir sehen, also hier ist jetzt die Erde, die wird weggegraben und darunter kommt dieser Ton zum Vorschein. Und im nächsten Schritt können wir natürlich auch den Ton selber abgraben. Das heißt, ich werde, ich sage hier bitte diese Felder, die jetzt mit Ton sind, also Clay, bitte auch abgraben. Und dann kriegen wir im Grunde genommen, so wie wir hier diese Erdkugeln kriegen, mit der abgegrabenen Erde, kriegen wir dann hier eben eine Kugel Ton oder Clay. Und wir sehen schon, das Vorkommen dehnt sich da weiter aus. Also das ist hier noch nicht zu Ende. Das heißt, ich grabe hier drumherum tatsächlich auch nochmal die Erde ab. Und wir schauen einfach mal, wie weit es sich hier ausdehnt, dieses Tonvorkommen. Und wenn wir in die Tiefe graben, indem wir einfach hier mehrere Schichten von diesem Ton abgraben, dann sehen wir schon hier, kommt unter dem Ton dann Limestone zum Vorschein. Das heißt, diese Tonschicht ist 2-3 Schichten Ton mächtig. Und darunter stoßen wir dann in der Regel auf Stein. Oder wenn wir jetzt hier hingehen, da haben wir noch eine Höhe von 0 Meter über Meeresspiegel in diesem Feld. Und wenn wir jetzt hier weiter graben, also unter 0 graben auf minus 1, dann füllt sich dieser Krater mit Wasser. Das heißt also, unter dem Meeresspiegel wird es dann nass. Das heißt, da ist Wasser, Grundwasser sozusagen. Und dann kann man noch ein, zwei Stufen tiefer graben. Aber dann ist es irgendwo zu Ende, weil die Säbchens dann einfach durch diese Wasserschicht nicht mehr tiefer kommen. Das heißt, die können dann nicht so tiefer reintauchen, um dann noch weiter abzubauen. Und das wollen wir auch nicht, weil, gut, wir könnten hier einen kleinen See anlegen, aber das macht jetzt erstmal keinen Sinn. Wir begnügen uns also einfach damit, hier ein bisschen in die Fläche zu gehen. Das Problem in Anführungszeichen ist, wir haben hier ja geplant, dass wir unsere Verbindungsstraße bauen zu unserer neuen Siedlung, die wir hier hinten irgendwo am Fluss angedacht haben. Und da müssen wir also dann schauen, entweder wir füllen diesen Bereich, den wir jetzt hier abgraben, wieder auf, weil wir haben dann ja hier ein entsprechend großes Loch, das in der Landschaft ist. Und da können wir die Straße wahrscheinlich nicht so einfach durchbauen. Also das wird dann nicht so gut sein. Und hier ist die Frage, wenn das Tonvorkommen jetzt noch ein bisschen unter unser Lager rein reicht, dann können wir natürlich das Lager nicht abgraben. Also wir könnten das schon tun, aber dann wird alles schief und hängt irgendwie in der Landschaft. Das ist also keine gute Idee. Also wir graben hier einfach ab, was immer wir hier finden. Und dann schauen wir mal, wie viel Ton am Ende dabei rauskommt. Und möglicherweise müssen wir ein bisschen in die Richtung graben hier. Einfach weiter graben. Ansonsten könnte man natürlich hier drüben dann hinter unserem Bambushain Richtung Wald nochmal auch graben und schauen, ob wir da irgendwo auf Ton stoßen. Also das war jetzt hier das naheliegende natürlich da, den Ton abzubauen, wo er direkt vor der Haustür ist. Aber wir können natürlich auch etwas weiter entfernt Ton abbauen und finden und abbauen. Wahrscheinlich der Nachteil ist dann eben, dass wir ein bisschen weitere Wege haben, um den zu transportieren. Aber wir schauen jetzt mal, was hier rauskommt. Und ich schaue nochmal ganz kurz, wie es mit unserem Speer, mit unserem Jagdausbildung ausschaut, mit der Jagdausbildung. Und da sehen wir, der Momale ist jetzt Jäger. Und wir checken nochmal, erteilt der Momale hier. Der ist jetzt Jäger. Und dann haben wir hier lauter Jäger bis hier runter zu Masuko. Und Masuko ist kein Jäger mehr. Dann würde ich sagen, bilden wir den auch nochmal aus. Wir nehmen den bei Investigation raus. Weil so viel haben wir jetzt nicht mehr zu erforschen. Wir brauchen also da nicht so viele Leute, die jetzt tatsächlich erforschen können. Und nehmen den nochmal in die Jagd mit rein. Und dann haben wir hier drüben nochmal ein Alpaka, das relativ nahe ist. Und ich würde sagen, das jagen wir auch, um den Masuko auszubilden. Ja, und dann schauen wir nochmal hier, wie weit wir tatsächlich nur graben können. Hier können wir noch eine Schicht abgraben zum Lager hin. Da haben wir noch eine Schicht zum Richtung Bambushain. Und dann müssen wir uns überlegen, wie wir das Ganze wieder auffüllen. Da brauchen wir ein bisschen Erde. Und den Ton, den wir jetzt natürlich abgraben, den müssen wir irgendwie ersetzen. Das heißt, wir müssen uns an anderer Stelle irgendwo Erde holen und abgraben. Sinnvollerweise auch so, dass wir an der Stelle dann gleich nach Ton suchen. Also, ich würde mal sagen, wir legen uns hier irgendwo, das würde sich ja anbieten. Wir legen uns hier, wir machen das frei. hier oben. Also, wir markieren hier mal ein paar Bäume. Vielleicht nicht über den Kreis Select, sondern über Box Select. Und sagen einfach mal, wir ernten das alles hier ab. Also, wir fällen die Bäume, machen also das frei. Und dann haben wir hier drinnen noch einen Bambus. Den nehmen wir natürlich dann auch weg. Wenn die so im Wind sich bewegen, dann sind die ein bisschen schwer zu kriegen. Also, dieses ganze Areal hier, das holzen wir ab. Und vielleicht dann auch hier drüben, mal schauen. Lassen wir es erst mal dabei. Und vielleicht den hier auch. Der steht so nahe an unserem Garten, dass wir hier ein bisschen mehr Platz gewinnen. Und hier die, die beiden würde ich wegnehmen, wenn wir später unsere Lager aufbauen, unsere Speer, unsere Speeraufbewahrungsstationen. Und da ist jetzt ein neuer Tribe erkannt worden, gespottet worden. und ich mache mal Pause. Drücke auf Escape, damit ich meine Maus frei bewegen kann. Und dann springen wir mal dorthin. Und da ist ein ein Mitglied. Und jetzt schauen wir mal, ob hier noch mehr zu sehen sind, wie immer. Aber es sieht so aus, als wäre das die einzige, die hier tatsächlich ist. Okay. Das heißt, ich mache weiter. Pause, abschalten. Und wir schauen hier mal, ob einer unserer Sapiens jetzt tatsächlich aktiv wird. Und die rekrutiert die neue Ankömmling, die neue Ankommende. Ja. Da läuft schon einer raus. Richtung Bambushain. Und jetzt ist die Frage, kriegt er sie oder nicht? Holt er sie ein? Ja. Es schaut so aus. Und dann werden wir jetzt auch gleich sehen, ob sie alleine ist oder ja, okay. Die ist alleine. Und jetzt schauen wir aber noch mal ganz kurz, wie sie wie ihre Charakteristik ist. Und wir sehen, sie arbeitet schon mit. Sie ist 23, erwachsen. Sie ist etwas ängstlich, aber ansonsten kann sie logisch denken. Und sie ist nicht infiziert. Das ist immer die Frage, ob Neuankömmlinge eben eine Infektion einschleppen. Das ist so ein bisschen das, worauf wir immer achten müssen. Wenn das jetzt der Fall gewesen wäre, dass sie tatsächlich infiziert gewesen wäre, dann hätten wir darauf sofort reagieren müssen, indem wir vielleicht präventiv noch ein bisschen mehr Virusmedizin produzieren, um sicher zu sein, dass falls sie noch welche ansteckt, bis sie tatsächlich behandelt und geheilt ist, dass wir diese angesteckten Sapiens, also die Epidemie, die dann sozusagen so ein bisschen losbricht, sofort dem Keime ersticken können. So, und ich markiere hier noch mal ein bisschen den Untergrund zum Abgraben. Das hat ja bisher schon ganz gut geklappt. und jetzt müssen wir natürlich schauen, weil ich könnte es jetzt auch natürlich über dieses Selektionstool machen, aber ich mache das immer ganz gern hier über die einzelnen Felder, ist zwar ein bisschen mühsamer, aber dann sehe ich wirklich, was ich wegnehmen kann und wo ich möglicherweise nicht mehr weggraben sollte, weil es zu neu am Lager ist oder wie auch immer. und ja, ansonsten, wenn ich markiere und dann feststelle, ich habe zu viel markiert, dann muss ich manuell die Markierungen wieder zurücknehmen, was auch mühsam ist. Also ich habe mir angewöhnt, hier einfach manuell zu markieren und jetzt schauen wir hier oben mal. Okay, das sind die Bäume, sind schon gefehlt. Das ist gut und ich denke, wir nehmen hier noch ein paar mehr weg, damit wir tatsächlich ein bisschen mehr Platz haben hier. Schauen wir mal. Und vielleicht den hier noch. Okay, damit haben wir hier eine schöne Fläche freigelegt und ich würde mal sagen, die die Kürbisse, die ernten wir jetzt hier auch ab und siedeln die um. Wir haben ja hier unten schon unser Kürbisfet. Da pflanzen wir jetzt einfach noch drei Kürbisse ein und dann entfernen wir die da oben. Das heißt, wir ernten die nicht nur ab, sondern wir graben die tatsächlich aus, damit die Pflanze selbst verschwindet an der Stelle. Weil wenn wir jetzt hier abgraben, dann würde das zu führen, dass diese Kürbispflanze einfach immer mehr absackt, aber sie bleibt dann da und wenn ich hier mit dem Beil, mit der Axt das Ganze hier abtrage, dann wird die Pflanze selber entfernt. Also der Kürbis wird geerntet und die Pflanze wird entfernt. Die ist dann hier an der Stelle tatsächlich weg. Im Gegensatz, wenn ich oben auf die Frucht klicke im Fenster, dann wird eben geerntet und die Pflanze bleibt und reift wieder nach. Das heißt, es gibt wieder einen neuen Kürbis nach einer gewissen Zeit. Aber ich würde mal sagen, wir sehen ja, hier haben wir jetzt so eine Kante hier in der Landschaft und wenn wir hier mal schauen, das ist sechs Meter hoch und hier unten ist es fünf Meter, dann haben wir hier schon eben so eine kleine Erhebung und hier drüben nochmal, da ist es dann nicht sechs Meter, sondern sieben Meter. Das heißt, wir werden einfach hier, würde ich sagen, hinter, ein ganzes Stück hinter unserem Garten anfangen zu graben. Vielleicht hier an der Stelle und graben einfach mal hier so quer rüber und graben das Ganze ab. Genau. Jetzt wird es schon Abend, das heißt, es wird dunkel werden, das wird heute nicht mehr klappen, aber da können wir dann schauen, ob wir hier irgendwo wieder auf Ton und sprich Clay stoßen, den wir abbauen können. Hier haben wir auch noch ein ganzes Stück. Also ich denke, wir haben hier auch schon einiges am Lager. Wenn wir hier mal schauen, Clay 42 Stück und wir müssen jetzt mal ganz kurz schauen, ich habe das nicht mehr auswendig im Kopf, wenn wir hier einen Mudbrick produzieren, dann sehen wir hier zwei, das heißt, es geht immer in zweier Schritten, das heißt, aus einem, aus einer Kugel Ton können wir zwei Ziegel produzieren, das heißt, wenn wir hier 42 Ziegel haben oder 48 Ziegel, dann können wir die doppelte Menge an, die 42 Ton Kugeln, sozusagen, die wir abgebaut haben, Clay, dann können wir die doppelte Menge an Ziegel produzieren. Ja, so weit, so gut. Also wir haben hier zwei Dinge, wir haben jetzt einmal unsere Speerspitzen und da müssen wir ein bisschen schauen, irgendwo sollten hier jetzt auch wieder Knochen eingelagert sein oder wurden die schon verbraucht. Es kann sein, dass die noch für die Messerproduktion verbraucht wurden. Ich check mal hier, Crafting Area, ja, ja, da sind noch 15 Knochenmesser in der Produktion und die verbrauchen sozusagen sofort jeden Knochen, der hier übrig bleibt. Das breche ich jetzt mal ab, weil wir haben hier schon 37 Messer. Das wird uns also erstmal die ganze Zeit reichen. Also am Messern werden wir keine Not haben im Moment kurzfristig. Das heißt also, aus den Knochen, die jetzt hier noch aus dem Essen anfallen, in Anführungszeichen, oder das Abfall anfallen, die stecken wir dann lieber in unsere Speerspitzenproduktion. Und wenn wir jetzt hier 57 Speere haben, das heißt, wir brauchen noch etwas über 300 Speere, die wir noch produzieren müssen. Da muss also noch einiges passieren. Gut, aber unsere Brotproduktion ist mit 171 Broten jetzt schon ziemlich gut angelaufen und eine Sache sehen wir jetzt hier, wir haben jetzt hier Flint, 77 Flint und warum sind hier plötzlich so viele Flint? Und das ist ganz einfach, Flint liegt nicht nur sozusagen oben auf der Erde rum, so wie die Steine, sondern Flint ist auch in der Erde selbst eingelagert, also in den verschiedenen Schichten, in Tonschichten oder in Erdschichten. Und wenn wir die abgraben, dann stoßen wir ab und zu auf so einen Flintstein auf einen kleinen und der fällt sozusagen genau wie die Erde oder der Ton wird dieser Flint erkannt als etwas, was sozusagen durch das Graben ausgegraben wurde und wird dann automatisch ins Lager getragen. Das heißt, da müssen wir nicht extra sagen, bitte das im Lager einlagern. deswegen haben wir jetzt hier diese 77 Flint und das ist auch ganz praktisch, weil Flint auch etwas ist, was haltbarer ist und das ist jetzt möglicherweise die zweite Schiene, die wir für unsere Speerspitzen nutzen können und wir schauen mal, wir haben hier nämlich jetzt Flint Spearhead, wir haben also Flint ja schon erforscht, primär, weil wir diese Flint Hand Eggs machen wollten, aber wir können natürlich auch dann Speerspitzen aus Flint machen und die haben den Vorteil und ich schaue nochmal ganz kurz, wir haben hier noch eine Hacke, das heißt, wir sollten schon nochmal, weil das ist die andere Sache, wir müssen immer ein bisschen darauf schauen, dass wir, wenn wir etwas pflanzen wollen, dass wir auch genügend Hand Eggs haben, das heißt, dass ich würde hier nochmal 15 Flint Hand Eggs produzieren und dann im Anschluss 15 Flint Hatches, also hacken, damit wir hier immer genügend haben, die brauchen wir zum Graben, zum Pflanzen, aber auch zum Bäumefehlen und das ist eine gute Idee, da auch immer ein bisschen am Vorrat zu haben, damit wir, wenn wir etwas einpflanzen, das auch wirklich zeitnah jeweils tun können und B, wenn wir fällen wollen, wenn wir Bäume fällen wollen, dass wir das auch tun können und mit 77, jetzt sind es nur noch 76, weil schon eine weg ist, haben wir ja genügend Vorräte und ich würde mal sagen, mit dem Rest, da machen wir jetzt einfach mal 50 Flint Spear Heads, Pfeilspitzen, 50 Pfeilspitzen und dann können wir jetzt noch keine Flint Speere selber bauen, weil die müssen wir dann, wenn die Spitze produziert ist, die erste, dann müssen wir die erst erforschen. Gut, also das sehen wir und jetzt gehen alle schlafen, es ist Abend, es ist Schlafenszeit, das heißt, das ist soweit okay, hier sehe ich einen Injury, okay, keine Infektion, da bin ich immer ein bisschen aufmerksam, ob hier eine Verletzung angezeigt wird, das ist auch Injury, also auch Verletzung, und wenn wir hier mal schauen, dann sehen wir, wir haben keine Medizin mehr gegen Verletzungen und da haben wir ja schon diese eine Poppy, da wollten wir ja schon produzieren, konnten aber nicht, weil die Marigold nicht da waren und die sind auch nach wie vor nicht da, das heißt, das müssen wir morgen, am nächsten Tag nochmal checken, die eine Poppy haben wir schon, die hält noch, die wird noch nicht verderben, also das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, vielleicht sollten wir dann auch bei der Verletzungsmedizin von zwei Vorrat auf fünf Vorrat gehen und wenn wir dann anfangen mit zwei Brennöfen zu arbeiten, dann würde ich auch die Medizin gegen Verbrennungen hochfahren, also vielleicht auf jeweils fünf Stück im Vorrat, um wirklich gewappnet zu sein gegen alle möglichen Verletzungen und gegen diese Viruserkrankungen. Okay, also da haben wir jetzt auf einem guten Weg, Werkzeug, Sperrebau, wir sammeln Ton, können Ziegel bauen und dann sehen wir weiter, hier sehen wir auch, dass jetzt neben den Bambusästen noch normale Äste in Anführungszeichen gesammelt wurden, das kommt daher, dass wir eben Bäume gefehlt haben und beim Baum Fällen fallen eben die Stämme an, die haben wir hier, 53 Baumstämme, Loks und eben entsprechende Äste, das heißt die Äste, die ich normalerweise abernten würde vom Baum, die fallen beim Fällen des Baums natürlich auch als Material an und irgendwo müssten wir auch noch Pinecones haben, also die die Früchte des Baums, ja hier, hier haben wir die Pinecones 23, das heißt das ist auch ganz wichtig oder ganz interessant, weil da können wir jetzt hier irgendwo dann auch da drüben wahrscheinlich ein bisschen weg von unserem Grabebereich, den wir hier anliegen, können wir uns da drüben dann auch den Wald ein bisschen aufforsten, um genügend Holz in der Nähe zu haben, das wir schnell abernten und das sind die beiden Kürbisse, die wir da oben ausgegraben haben und die sind hier noch im Lager, weil sie hier noch nicht gepflanzt wurden, also hier sind noch die drei Kürbisse, die wir eingepflanzt haben und da sind aber noch zwei auf Lager, das heißt entweder es wurde der dritte da oben noch nicht geerntet, was schon der Fall ist, das heißt der ist weg, also es wurde der eine Kürbis wahrscheinlich gegessen, Kürbisse können gegessen werden und ich vermute mal ein oder zwei Sapiens hatten Hunger und keinen Appetit auf Fleisch und haben dann eben diesen Kürbis gegessen, aber das ist auch kein Problem, wir ernten dann den ab oder da unten einen, um das aufzufüllen, wenn es soweit ist. Ja gut, also soweit sind wir jetzt stabil, wir haben unseren Stamm mit 37 Mitgliedern, da können wir einiges tun, wir haben genügend Nahrung, wir haben genügend Medizin und wir kommen ganz gut voran und in der nächsten Folge können wir anfangen diese Mudbricks zu machen und den zweiten Brennofen zu bauen und dann im großen Stil Ziegel zu produzieren, Ziegel und Fliesen, das werden wir dann gleich nochmal sehen. Gut, soweit für diese Folge, ich hoffe es hat Spaß gemacht, war interessant und würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Bis S S S S S Das war's für heute.